Moin Moin, ich bin Tizian und begrüße dich ganz recht herzlich zu einer weiteren Folge Tizian Bauernhof und heute, das hat sich ja gestern zum Schluss noch ganz spontan entschieden, wollen wir ja diesen Raum etwas verschönern, beziehungsweise da kam ja auch ein Kommentar, wo drin gesagt worden ist, das wäre ganz toll, wenn man das hier mal verschönern würde und das sehe ich genauso. Da tropft Wasser durch, wenn ich das jetzt wegreiße, kommt mir da bestimmt Wasser entgegen. So, ich habe auch schon eine Idee, wie ich den Raum verschönern möchte und zwar, wir haben ja ganz viel Nazareg am Start, das würde ich gerne hier mit reinbringen. Jetzt muss ich nur gucken, ob wir das gegebenenfalls den Raum etwas tiefer machen, weil ich möchte auch eine anständige Decke reinziehen, aber das da will ich nicht rausnehmen. Pass mal auf, wenn das Tor jetzt eh gerade schon aus ist, dann können wir das auch mal ganz rausnehmen. Ja, dann gehen wir hier ein bisschen tiefer mit allem, mit allem, mit allen, mit allen Sachen und, ach ich weiß gar nicht, wie tief ich gehen kann, ihr hört die Lore. Lass mal kurz gucken, nicht, dass jetzt die Lore gleich unter uns entlang fährt. Und hier, siehst du, hier ist nämlich schon der Bahnschacht. So viel tiefer können wir gar nicht gehen. Das heißt, wir müssen, wir müssen ein bisschen aufpassen. Also wir können noch einen Tick tiefer gehen, ja. Aber auch nicht so viel. Also wir können gerade mal, wir können eine, eine, eine Runde, können wir tiefer gehen hier. Aber dann war es das auch schon. Das können wir vielleicht noch machen, ja. So, ich kann den Raum auch noch ein bisschen weiter. So, das kann noch weg, das auch. Gehen wir weg da, Leo. Oh, siehst du, das ist auch schon wieder zu tief hier. Oh, das ist halt alles hier ganz schön, ist alles dicht beieinander und auch dicht verwurzelt miteinander alles, ne. Einen vernünftigen Boden will ich natürlich auch haben. Das heißt, wenn du mal das, was dir so am Ende zieht, ist alles raus, beziehungsweise nicht vernünftig, sondern einheitlichen. Dann bauen wir uns nämlich hier mal schon mal einen Steinboden hin komplett. So, wenn wir jetzt hier eine Decke reinziehen, obwohl wir könnten auch so eine Stufendecke machen, ne. Ja, wir können ja ein bisschen was, ich bin mir gar nicht sicher, wie viel ich hier wegnehmen kann von oben. Wenn ich jetzt das hier wegziehe, ja, guck mal, da ist nämlich gleich schon, das war es dann auch schon mit dem, mit der Decke. Da geht ja auch gar nicht so viel wegzunehmen. Zack. Das heißt, wir müssten hier eine Decke reinziehen. Kann man aus dem Netherrack auch Slaps machen? Dann, das wäre jetzt mal so die nächste Frage, die ich so habe, weil dann könnten wir nämlich aus den Netherracks Slaps machen. Wo sind die denn eigentlich alle hingekommen? Sind die, die habe ich oben irgendwo ins Lagersystem einsortiert, ne. Gegebenenfalls geht das ja, wo ist denn jetzt, wo habe ich die denn, ach da oben habe ich sie, ne. Ja, guck mal, da ist nämlich ein Fertiger schon und ganz, ganz viele Nicht-Fertige. Pass auf, wir machen mal ein paar Stück davon. Und es gehen auch Slaps. Oh, das ist gut. Denn brauchen wir Slaps. Und zwar gar nicht mal wenig. Ich gebe mir davon noch mal ein paar mehr. Beziehungsweise alles, was wir da haben. Kann ich die Slaps wieder zu Steine zurückcraften? Ne, geht nicht. Dann muss ich damit erstmal ganz kurz vorsichtig sein oder sparsam, sagen wir es mal lieber so. Ich bräuchte mal ein Crafting Table, den nehmen wir uns mit. Und dann werden wir mal die, die Decke da unten schon mal ausfüllen mit den Slaps. Dann haben wir nämlich die Decke schon mal vernünftig. Wobei das noch nicht perfekt ist, ne. Wenn ich jetzt nur die Decke mache, dann wird uns immer noch irgendwie ein bisschen was fehlen. Ich möchte auch gerne, ich brauche mal ein paar, ich brauche mal ein paar normale Bricks. Ich würde halt gerne hier an diese Wand, ich würde gerne an diese Wand davor gehen, ne. Damit. Das heißt, ich müsste, na gut, nach hier können wir ja auf jeden Fall noch weiter durchgehen, oder? Das sollte ja nicht das Problem sein, dass wir noch weiter nach hinten gehen können. Da können wir ja auf jeden Fall, ja, das können wir ja machen. So, das sollte ja kein Thema sein, dass wir hier so ein bisschen weiter hinter gehen. Jetzt mit der Schaufel möchte ich das da oben... Ja gut, doch, wir machen das schnell mit der Schaufel. Dann ist das nämlich ganz kurz, ganz kurz weg, der ganze Kram. Zack, zack. Dann haben wir das nämlich gleich schon ein bisschen größer hier. Und dann kann ich auch die, den Bereich da vorne vor der Tür schon mal machen. Siehst du, da ist nämlich schon wieder ein bisschen mehr rausgekommen gleich. Das, was ich nämlich auch nicht wollte. Zack, so. Dann nehmen wir das alles mal. Okay, dann bauen wir jetzt ein bisschen... bauen wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Stone vor. Dass wir eine Reihe mehr Stone haben. Dass wir hier so ein bisschen mehr Abstand haben. In der ganzen... Oh, in der ganzen Geschichte. Zack. Hier müsste ich auch mal vernünftige, vernünftige Stufen hinlegen. Aber das kommt dann später. So, jetzt geben wir mal ein paar von den Bricks. Die würde ich nämlich gerne hier komplett einmal vorziehen als Verkleidung. So, haben wir noch Bricks. Bricks, 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 Bricks. Nee. Zack, schon wieder verklickt gerade. Da nochmal. Dann kommt hier nochmal ein bisschen Bricks davor. So, dann haben wir nämlich das schon mal ein bisschen tiefer. Jetzt bauen wir nämlich die Tür auch noch um. Na ja, das wird hier alles richtig angepasst. So, komm mal her. Dann müssen wir auch die hier wegnehmen. Zack. Die kommen nämlich hier vorne gleich rein. Dann sieht das nämlich alles gut aus. Ja, dann ist die Tür nämlich weiter drin. Weiter eingelassen. Da kommen jetzt die Schalter vor. Und dann sieht das von hier so aus. Ziemlich geil, ne? So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Jetzt würde ich gerne... Na, dann nehmen wir doch die ganzen Wände jetzt... Achso, jetzt können wir die Decke schon anfangen, ne? Müssen wir ein bisschen hier Fackeln wegnehmen. Da oben auch. Hey, runtergefallen. Jetzt können wir mit der Decke schon anfangen. Oh ja, Paul kommt auch mit rein. Hey, Paul. Zack. So, dann können wir nämlich hier einmal die ganze Decke schon mal verkleiden sozusagen. Und haben hier... Dann fängt das nämlich hier schon so an. Oh, das wäre auch ziemlich geil, wenn wir den Raum so halb halb machen, ne? Hier oben machen wir den mit den Nether Bricks. Und da unten lassen wir ihn in Stein. Das wäre doch auch ziemlich genial, oder? Lassen wir auf das noch. Da sind noch hier Endes Zit drin, ne? Das nehmen wir gleich mal raus. Obwohl wir könnten es auch komplett mit Nether Bricks machen. Aber ich musste mal gucken, wie viel Nether Rack wir eigentlich noch haben. Weil ich verbrauche es jetzt ja ganz schön arg, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Also der Verschleiß davon ist jetzt doch ein bisschen höher. So, einmal das da hin. Dann brauche ich noch einmal die hier. Weil davon brauche ich definitiv ein paar mehr. Und ich muss da vor allen Dingen erstmal rankommen an die ganze Geschichte hier, ne? Da könnten wir uns wahrscheinlich... Ich glaube, ich werde mir hier mal so ein kleines Baugerüst bauen. Zack, zack. Dass ich hier gleich an die Decke überall rankomme. Dass wir hier schön was entlanglegen können. Oh, zack. So, und jetzt haben wir natürlich hier diese Geschichte. Das können wir so beheben, ne? Dass wir sagen, okay, wir legen da quasi einen Ganzen hin. Und haben da so ein bisschen Stufen drin. Ist eigentlich auch eine... Ist eigentlich auch eine gute Methode. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, das dahin, das dahin. Das passt. So, und da vorne noch ein bisschen was. Okay, jetzt ist hier natürlich... Oh, da war einer zu viel. Den müssen wir mal ganz kurz wieder wegnehmen. Jetzt bin ich hier auch zu hoch gerade. Für diese Geschichte. Das wirkt jetzt natürlich gerade am Anfang da vorne ein bisschen eng, ne? Da habt ihr natürlich recht. Weil das natürlich auch eng ist. Also es wirkt nicht nur eng, es ist auch eng. Denn da gebe ich euch voll und ganz, voll und ganz recht. So, passt mal auf. Wir nehmen mal den, den Bereich hier wieder raus. Zack, zack. Das einmal ganz kurz weg. Dann würde ich gerne da vorne jetzt, beziehungsweise insgesamt würde ich mal hier... Warte mal, wir werden uns mal hier ein bisschen hochbauen. So, dann kommt das da hin. Und dann gehen wir hier einen entlang. Zack, zack. Ich hoffe, das hier auch nicht mehr, ne? Wisst ihr? So, da einmal einen entlang gezogen. Dann fehlt mir da hinten noch ein bisschen was, aber das ist nicht so schlimm. Von hier aus kann ich jetzt... Ja, könnte ich. Wenn ich jetzt noch Netherrack hätte, habe ich aber nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob wir noch was haben. Die Frage ist tatsächlich, will ich das komplett alles mit Netherrack machen? Oder will ich das tatsächlich so halb-halb machen? Ich glaube, ich werde es mal ausprobieren. Wir werden das erst mal... Ich werde mal hier das... Oh, das war zu tief angesetzt. Aber wir werden das mal auf diese Höhe ziehen. Beziehungsweise da drüben werde ich das auch nochmal rausnehmen. Und die Erde auch rausnehmen. Und dass wir das ausprobieren können. Zack, zack. Das weg. Und genau, das brauche ich einmal. So, dann einmal diese Geschichte. Und da wieder einen reingesetzt. Dafür, dass ich da gerade eben zu viel rausgenommen habe. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich dann die ganzen... Den ganzen Boden oben wegreiße. Und auf einmal steht hier vielleicht eine Kuh oder so. Das weiß man ja nicht. Oder es tropft auf einmal Wasser rein. Das kann natürlich auch mal ganz schnell passieren. Hast du deine Füße weggenommen? Ja. Gut, dann werden sie nicht mehr... Dann werden sie nicht nass. Kann hier auch noch was kommen? Ne, hier kann nichts kommen, ne? So, einmal hier. Das... Diese Frälche brauche ich ja. Genau, die brauche ich. Und dann brauche ich das hier drüben auch nochmal. So, das alles so weg. Wie gesagt, hier muss ich auch ein bisschen aufpassen mit der Höhe. Dass diese Höhe ist in Ordnung. Dass ich da nicht zu... Nicht zu... Früh zu hoch gehe. Der hier kann auch weg. Genau, der kann auch weg. Und dann haben wir das eigentlich auch. Dann müsste ich das jetzt alles mit Nazarek ausfüllen. Welchen ich noch nicht habe. Ist das hier drinnen zu dunkel? Es könnte sein, ne? Es könnte sein, dass es ein bisschen zu dunkel ist. Ich habe auch ordentlich Ass an Fackeln weggerissen. Deswegen stellen wir die Fackel jetzt erstmal da wieder auf. Das ist natürlich die Frage. Eins, zwei, drei. Wir können die beim Portal auch nebeneinander stellen, ne? Eins, zwei. Eins, zwei. Ja, das könnten wir auch machen. Dann machen wir mal das Portal-Setup fertig. Weil... Obwohl, ne, lass mal ganz kurz erstmal Nazarek reinschmeißen. Dass wir erstmal ein bisschen Nazarek reinschmeißen. Dass das schon mal verarbeitet wird. Dass wir da neue bekommen. Denn... Und danach kann ich mich um das Portal-Setup kümmern. So, da ist überall noch was drinnen. Nichts viel, aber ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, ob ich das oben in der Smeltery auch machen könnte. Na ja, gib mir mal drei Stacks her. Zack, sehr schön. Habe ich Kohle hier? Ne, ne? Ich habe natürlich hier drüben auf der Seite keine Kohle. Die habe ich drüben in der Smeltery immer komplett. So, da müssen wir nochmal ein Kohle mehr mit reinschmeißen. Zack, das da rein. Und... Ah, hier muss auch mehr Kohle mit rein. So, dann läufst du auf jeden Fall schon mal durch. Du wirst nicht durchlaufen. Das müssen wir dann nachher auf jeden Fall nochmal ändern. So, jetzt würde ich gerne noch das Portal-Setup schnell bauen. Mit... Warte mal, das ist ja die Wand, ne? Dann würde ich sagen, eins, eins, zwei, drei. Dann kommen da oben die beiden rein. Eins, zwei, drei. Das ist nicht breit genug hier, ne? Sehe ich gerade. Das wäre jetzt... Das wäre jetzt ein Portal. Und da würde ich ja halt gerne noch einen freilassen dazwischen. Ja, da müssen wir noch ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr Platz brauchen wir. Pass mal auf. Dann machen wir das doch tatsächlich so, dass wir noch ein bisschen weiter rüber gehen. Zack, wir haben ja... Wenn wir eins haben hier auf dieser Höhe, ist das, glaube ich, Platz. Das dürfte kein Problem sein. Das dürfte nicht das Problem sein, auf dieser... Auf dieser Höhe so ein bisschen seitlich Platz zu kriegen. Aber das Einzige ist, dass es hier vielleicht ein bisschen runter tropft. Aber das ist dann auch das einzige Problem. So, pass mal auf. Dann gehen wir jetzt nochmal hier. Eins, zwei, da. Und dann können wir hier nämlich das nächste Portal-Setup hinstellen. Und dann passt das auch. Von der ganzen Geschichte. Mit der... Mit der... Also, dass die beide auf der gleichen Höhe stehen. So, das kommt nochmal weg. Da kommt nämlich jetzt auch Stein rein. Das ist... Das ist die richtige Höhe. Hier oben kommt nochmal... Die Stones kommt auch nochmal weg. Da muss ich nochmal oben beigehen. Ich habe Hunger schon wieder. Man hat auch in Minecraft immer so viel Hunger, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Das weg, das weg, das weg. Ich glaube, wir können hier zwei reingehen, ne? Oh, das ist zu tief. Ne, das ist nicht zu tief. Zack, das ist da. Einmal da einen entlang. Entlang. Okay. Sehr schön. Oh, 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 oh. Ich hüpfe. Komm ich da oben ganz... Ne, ich komme da oben nicht ganz ran. Das ist schon mal gut. Dann kann ich nämlich hier so den entlang ziehen. Oh, da bin ich jetzt doch bis noch... Und es kommt Wasser rein. Es kommt Wasser rein. Hilfe! Leo! Paul! Hund! Wow, wow! Hilf mir! Hilf mir! Ich bin hier im Wasser. Hilfe! 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 Na komm schon. Ich will jetzt hier wenigstens noch kurz vorm Ende... ...das mal fertig machen. Hier hat er jetzt zu viel abgezogen, weil ich direkt drunter stand. Nicht gut. Zack, einmal wieder ein bisschen Licht da hin. Das heißt, wenn ich direkt drunter stehe, kriege ich den weg und den auch. Sehr gut. Dann haben wir das. Dann passt das doch. Jetzt haben wir da noch ein bisschen Diorite drin. Das hätte ich gerne noch raus und gegen Stein ausgetauscht. Beziehungsweise da oben, das hätte ich auch noch gerne raus. Und dann... Stimmt, die Erde muss ja auch noch raus. Die da... Die hier ja auch. Die Erde muss ja auch weg. Das muss noch weg. Das muss alles noch weg. Weil da kommt ja dann Netherrack rein. Also Netherrack Bricks. So, das weg. Die über die Ecke brauchen wir das nicht machen. Weil da kommen dann tatsächlich keine Netherrack Bricks. So, da aber. Das kommt auch weg. Definitiv. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Alles klar. Das passt. Und dann kommen... Oh! Dann kommen hier auf jeden Fall wieder Stones rein. Stones, 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 Stones. So. Und jetzt müssen wir erstmal warten, bis die Netherrack Bricks fertig sind. Dass wir hier das alles weiter verkleiden können. Ähm... Ja. Das heißt, wir werden... Oh, das hier muss auch noch weg, ne? Stimmt. Das muss weg. Das, 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 das. Das hier doch eigentlich auch, ne? Ja, das auch. Alles klar. Das müssen wir auch noch wegnehmen. Das heißt, ich habe hier noch ein bisschen was zu schaufeln. Beziehungsweise wir haben dann morgen noch ein bisschen was zu schaufeln. Ich nehme mal den ganzen Kram hier auf. Was ist denn mit dir da los? Du hängst da so komisch drin. Da oben liegen auch noch welche drauf. Die schnappen wir uns auch ganz schnell. Aber wie gesagt, das werden wir dann alles morgen fertig schaufeln in der nächsten Folge. Das hier muss nämlich auch noch... Ne, das hätte nicht weggemusst, ne? Das muss nicht weg, weil hier ist ja die Ecke. Hier kommt ja, hier kommt ja Netherbrick drauf. Aber das hier kommt noch weg. Oh, hier muss ich auch ein bisschen aufpassen. Ach ja, stimmt ja. Hier ist die Wand. Na, hier ist die Wand. Das heißt, zack, das nochmal weg. Und dann kann da... Aber die Ecke kann ich schon mal wieder ausfüllen. Das passt. Ja, okay. Dann haben wir schon mal die ganzen Grundsachen eingebaut, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Das gefällt mir. Das wird, glaube ich, ein ziemlich cooler Raum. Ich bedanke mich bei dir. Ganz recht herzlich. Dafür, dass du dir eingeschaltet hast. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.